Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Checkout. Ist ein bisschen her, aber mein Gott, man muss ja auch mal auf gute Spiele warten. Ich werde die, glaube ich, beschossen. Ich habe keine Ahnung. Wir spielen Just Cause. Drei. Ah! Okay, ich glaube, die schießen auf mich eigentlich. Aber das ist egal. Wir lassen uns davon nicht ermutigen. Wir machen hier einfach alles kaputt. Denn darum geht es eigentlich mit dem Spiel. Hat eine rudimentäre Story. Oh, scheiße. Hat eine rudimentäre Story. Alles ist blöd, ja. Höh! Nein, weg hier. Ähm, wie gesagt, alles doof, alles kacke, alles blöd. So kann man das eigentlich sehr gut beschreiben. Und, äh, wir machen es jetzt nicht unbedingt besser. Aber wir machen alles kaputt. Da, lassen wir mich kaputt machen. Juhu! Ähm, ja. Medici, so heißt die Insel. Da hat ein fieser, böser Diktator, der bestimmt klein, fett und blöd ist. Ähm, alles in seine Hände genommen und ist böse. Und wir sind Rico Rodríguez und retten einfach nur die Welt. Und können dabei alles Mögliche kaputt machen. Wir haben hier einen fetten Raketenwerfer und damit... Okay, wir haben keinen fetten Raketenwerfer mehr, weil... Hm, hm, der hat keine Munition mehr. Alter, was ist denn hier los? Von wo schießen die denn? Hört auf damit. Ich hab doch schon die komischen Batterien kaputt gemacht. Hä? Da. Ich glaub, da unten ist noch eine, oder? Ich muss da mal eben landen. Landen! Da. Oh, fuck! Weg hier! Oh nein! Das war nicht weg hier. Hm, hm. Ich muss, äh, weg hier. Alter Funk, wo schießen die denn? Ich hab keine Ahnung. Aua, aua, aua. Ah. Hm. Oh, ein Jet. Alles klar, Jet. Wenn du wieder zurückkommst, du bist ein Miner. Komm mal ruhig her. Äh. Hallo? Zurückkommen. Alter, was ist hier los? Hört mal auf damit. Ich will so'n Jet haben. Oh, Spaß. Au! Dein Arschkekse. Hört auf damit. Hör, weg hier. Oh, ich will so'n Jet haben. Also man kann Jets fliegen, man kann Autos fahren, man kann Boote fahren und man kann auch Hubschrauber fliegen. Alles das kann man machen. Das Blöde ist, ich konnte mir keinen Hubschrauber holen, weil ich keine Signale mehr habe, um welche zu rufen. Das ist ein bisschen doof. Es gibt Rebellenabwürfe, da kann man sich Waffen und Fahrzeuge schicken lassen. Und dann kann man Spaß haben. Im Grunde, man kann alles hier zerstören. Also man muss gewisse Punkte zerstören. Oder aber, die helfen auch einem dabei, das ist sehr nett von denen, muss ich sagen. Bin ich ziemlich knorkel. Oh. 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 Totschrauber. Totschrauber, jetzt kommen wir mal her. Da, schnell rein, da. So, geh mal raus. Du brauchst eh nix. Nein. Oh, scheiße. Oh, ich bin tot. Ups. Gemein, dass die einen Hubschrauber bekommen. Aber das ist mir egal. Ich muss einfach mal folgendes. Du. Wiii. Oh, fuck. Stirb. So. Ich lebe noch. Oh. Oh. Weg hier. Boah, ihr mit euren scheiß Jets, kommt ihr mal zu mir, du Eggflip aus, ne? Ich muss hier weg. Oh, scheiße. Äh, ich muss hier weg, hab ich gesagt. Tschüss. Boah, diese Jets, wenn ich einen davon mal in die Finger kriegen würde, boah, dann geht's aber richtig ab. Aber das ist egal. Wir kriegen schon irgendwann bestimmt einen mal in die Finger. Äh. Oh, ich glaub, das war knapp. Ich will so einen Jet haben, ohne Spaß. Ich will so einen fucking Jet haben. Ich könnte auch versuchen, die Flugabwehr zu hacken. Ich hab da dann nur nicht genug Zeit dafür. Alter, ihr seid gemein. Alle klein, gemein und hässlich. Ich will so einen Jet haben. Gebt mir so einen fucking Jet. So. Da oben ist so ein Jet, aber ich glaube, den krieg ich. Ich muss da mal hoch. Das war knapp. So. Okay, kommt her. Jet, Jet. Ah, er ist zu weit weg, verdammt. Boah, wie ich ausgewichen bin, ey. Wie ein junger Gott. Und Spaß. Okay, wir müssen einen Jet, äh, einfangen. Got a cat. Nee, einen Hubschrauber will ich nicht haben. Hubschrauber sind blöd. Die helfen mir ja gerade nur sehr wenig. Ja, verdammt, ich hab auch einen Turbo-Boost, den ich aktivieren kann. Ei. Och, nee, scheiße. Boah, ich hab die, glaube ich, hart verarscht. Jet. Jet. Ah, flieg doch nicht immer so hoch, Jet. Hier, Mann, das ist jetzt anders. Komm her. Naja, du bist auch so. So. Mach. Tschüss. Tschüss. So, eigentlich müsste das explodieren. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Ah. Nach 35 Mal drücken, ist es weg. Alles klar. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Alarmbereitschaft. Da soll ich nicht lachen. Ich muss erst mal wieder zurück zur Basis kommen. Ich bin ganz schön weit abgetrieben. Hm. Es ist eine We-Nacht heute. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Okay, wir müssen noch ein paar Sachen zerstören. Wir sind nur bei 67%. Das ist zu wenig, natürlich. Aber wir müssen alles zerstören. Bälle beschossen. So. Scheiße. Das war blöd. So. Eigentlich. Ich will mich da gehockt. So, genau, ja. Und so. Ich will so einen fucking Jet endlich haben. Kommt wieder zurück. Trau dich ruhig. Ich will nur spielen. Ich bin nicht blöd. Die sind auch immer so weit. Die Jets, ey. Was ist da los mit denen? Ich meine, es ist zwar nett, dass die mir helfen wollen, aber dann sollen sie es richtig tun. Ich schließe einfach weiter auf die ganzen Sachen. Ist mir egal. Hier. Oh, es hat nicht gereicht. Oh, Scheiße. Ich bin gelandet. Auch gut. Mami. Das Ding muss ich auch kaputt machen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Aua. Halt mal auf, mich zu schießen. Was ist denn los mit euch? Ihr habt keine Zeit, ja, für so einen Scheiß. Ich muss versuchen, Jets einzufangen. Was will so einen Jet haben? Ich bin hier noch nie Jet geflogen. Das ist bestimmt cool. Oder auch nicht. Ich kann es wahrscheinlich nicht, aber das ist egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Warte, ich muss nachladen. Turm, ich muss nachladen. Bleib doch stehen. Okay, ach, der Turm ist glaube ich schon kaputt. Oh, das könnte sein. Raketen, ey. Ich bin ausgewichen wie ein Gott, würde ich sagen. Was blöde ist, ich kann hier auch gar nicht runter, weil dann werde ich ja wieder beschossen. Ja. Okay, da sollte ich gar nicht hin. Die sollte eher so da, hm? Ah. Ich bin mir nicht so sicher, aber das war toll, glaube ich. So, das geht auch kaputt. Sind hier noch irgendwo Leute? Hallo? Hallo? Menschen? Da sind bestimmt noch irgendwo Menschen. Da ist einer. Störf. Störf, habe ich gesagt. Boah, Fallschirmballerei. Zwölf Leute getötet. Läuft. Ist hier noch irgendwo einer? Da meine ich 13. Komm schon. Alter. Man, die fliegen alle auch mal viel zu hoch, ey. Was ist denn los mit denen? Abwehraktiv, heilet dich von der Luftangriff-HSW-Fern. Ja, ja, ja. So, wir machen mal folgendes. Ich versuche mal. Ich würde gerne versuchen, das hier zu hacken, aber... Ich werde wahrscheinlich jetzt total beschossen. So, wir hacken das jetzt. Im Beschuss, kein Problem. Ist mir da egal. Ist das schon alles, was ihr drauf habt? Ja, wie gesagt, im Grunde geht es nur darum, hier Sachen kaputt zu machen. Hat eigentlich keinen näheren Sinn, sonst das Spiel. Außer kaputt machen, um zu sterben. Aber das reicht ja. Na gut, der ist ja. Ach, Gewaltausschreiten und am Arsch. Au. Weg, 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 weg. So, ich will so einen beschissenen Jet... Da! Nein! Da hätte ich mich dranhängen können. Ach Mann, das ist doch blöd. Ein Hubschrauber, dann komme ich mal kurz zu dir. Ich würde... Au. Verdammt. Mach irgendwas. Nein! Boah, ich habe mir noch gerade den Arsch gerettet. Puh. So, ich will wieder da nach oben. Ich will wieder ein Jet. Ich will... Aua. Jet, ah, verdammt. Ich war nicht schnell genug. Ich will einen Jet haben, endlich. Komm schon. Nein, nicht Hubschrauber, Mann. Jet, seid ihr doof? Oh, verdammt. So. Jetzt wird es funktionieren. Jetzt mache ich hier... So. Mach. Mach' das. Oh, Alter. Alter. Oh. Crazy motherfuckers. Ich muss hier weg. Hallo, ich bin tot. Ich kämpfe nicht nur gegen feindliche Feinde, sondern auch gegen Haare. Naja. Warst ja nichts. So, wir machen das gleiche nochmal. Nee, das war falsch. So, die Zerstörung bleibt, wie sie war. Ist das auch ganz cool. Ach, kein Problem, ey. Puh. Dann lache ich doch drüber. Aber ich will so ein Jet haben. Aua. Verdammt. Ein bisschen wie getan. Aber auch nur ein bisschen. So, Jet. Jetzt hier. Jet. Komm. Jet. 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 Die sind auch immer so hoch. Ey, was ist los mit denen? Man könnte nicht mal direkt neben mich fliegen und dann so sagen, jo, da bin ich. Guten Tag. Ich meine, anscheinend nicht, aber es wäre ganz cool. So. Hm. Da ist ein Jet, aber da komme ich nicht dran. Ja, von unten macht das mehr Sinn, sich hochzuschleudern und so. Ich will so ein Jet haben, ohne Spaß. Mach mal folgendes. Ich fliege mal kurz hier runter. Fallschirm an. So. Ach, Rubschrauber ist doch lame. So ein Jet, ne? Ich würde gerne so ein Jet haben. Ich meine, die helfen mir natürlich alle wunderbar, bei meinem Unterfangen hier. Okay, das ist ein Panzer. Ich glaube, den kann ich nicht kaputt schießen. Unrealistisch, muss ich sagen. Au. Wir brauchen noch so ein... Da. Ach, scheiße. Die Granate hätte ich gar nicht mehr weg brauchen. So, wir brauchen noch die Flugabwehr-Dinger. Da sind ja noch ein paar übrig, die muss ich mal auch kaputt machen. So, jetzt Jet. Jetzt muss genau hier vor mir ein Jet fliegen, dann bin ich aber dabei. Verdammt, der ist zu weit weg. Der Grapplerook ist nicht sehr weit. Das ist blöd. Wollen wir denn hier noch so ein Schützding? Da. Können wir denn so? Ne. So. Auch nicht, aber knapp daneben. Ich muss eigentlich nur da drüber fliegen. Irgendwann machen die den Rest schon alleine. Oh. Oh, nein. Aua. Verdammt. Warum häng ich hier? Ich will ihn nicht hängen. Au. Oh, das hat wir getan. Ah, nein. Verdammt. Das Ding ist doch da. So, erstmal hier. Jawohl. Vielen Dank, ihr Pissnäcken. Habt ihr mir wieder geholfen? Nee, richtig gut verfolgt. Jetzt muss ich die anderen... Wie viele sind es noch? Ungefähr zwei oder drei. Keine Ahnung, aber die müssen wir auch noch finden. Ach, Hubschrauber. Ich würde ja ganz gerne mit dem Hubschrauber fliegen. Das Blöde ist, der wird sofort kaputt geschossen. Ah, ich bin jetzt im Hubschrauber drin. Der ist eh gleich down, aber das ist egal. Ich bin ein super Hubschrauber-Pilot. Ihr kriegt mich nie. Ah, vielleicht doch. Nee, 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 nee. Oh, verdammt. Oh, Statt. Wir schicken zusätzliche Einheiten zur Opposition. Aua. Aua. Au. Blöde Scheißding. Äh, weg. 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 Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Easy. Au. Im Grunde ist Sinn und Zweck des ganzen Spiels kaputt machen. Naja, eigentlich soll man hier die Provinzen befreien, aber das ist doch falsch. In Wirklichkeit müssen wir nur kaputt machen. Das ist der Grund dieses Spiels. Kaputt machen. Und ich möchte kaputt machen und deswegen brauche ich jetzt diesen Hubschrauber. So, komm mal her. Oh, scheiße. Ich sagte... Äh, äh, okay. Moment. Äh, komm mal her. So, einsteigen. Los. Und wegfliegen. Tschüss. Mein Hubschrauber. So, ich hab einen Minigun. Alles klar. Und mit dieser Minigun... Warte, wir müssen uns erstmal drehen. Ach, das Drehen mit dem Hubschrauber ist echt ein bisschen nervig. Wo ist der andere Hubschrauber hin? Hä? Ach, keine Ahnung. Ist mir egal. Wir machen einfach kaputt hier. Weißt du, kannst vom Arsch lecken. So, kaputt. Moment, da ist der andere Hubschrauber, glaube ich, irgendwo. Hallo? Ah, andere Hubschrauber, da bist du. Komm mal her. Ich mach dich kaputt, so. Geh kaputt. Geh kaputt. Hada. Geh kaputt. Na, geht. Kein Problem. Ja, just too easy. Bitches. Wir machen jetzt alles hier den Erdboden gleich. Können wir eigentlich auch das hier kaputt machen? Ich glaube schon. Machen wir einfach kaputt. Ist doch egal. Lalalalalala. Ich hätte gerne einen Hubschrauber, der eigentlich noch so ein paar Raketchen abschießen kann. Irgendwie. Hada. Schon mal kaputt. Ja, das dauert ganz schön lange. Wir machen das später. Wir müssen uns erstmal um andere Dinge kümmern, wie das hier zum Beispiel. Können wir auch kaputt machen. Mit Raketen wäre das natürlich alles ein bisschen einfacher, weil das dauert ganz schnell. Oh, warte mal, hier haben wir auch noch was zu tun. Au. Au. Verrückt. Au. 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 Das funktioniert alles nicht. Weg. Ich muss weg hier. Weg. Oh nein, ich bin im Wasser. Ich wollte dann gar nicht schwimmen. Warte kurz. Wir ziehen uns hier einfach raus. Das ist ja kein Problem. Wui. Das war jetzt nicht ganz so geil, wie ich wollte. Aber ist egal. Ich will. Ich glaube, da ist ein Typ. Ja. So in die Fresse. So. Stimmt. Okay. Den haben wir schon mal getötet. Das ist schon mal super. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wir schmeißen mal einfach eine Granate. Mal gucken, wie weit die fliegt. Oh. Na ja. Gut. So. Weiter geht's. So. Hier einfach eine Granate hinschmeißen. Wollt. Hat er überhaupt gar nichts gebracht, der Scheiß. Ja, auch. Alter, was soll denn das? Hör auf, auf mich zu schießen, du Lutscher. Was? Ne. Ich brauche einen Hubschrauber und eine Raketen. Ich kann so nicht arbeiten. So. Ist schon mal kaputt. Sehr gut. Halt die Klappe. Alter, ich treffe nicht. So. Jetzt ist tot. Alter, ist nicht tot. Wir können auch andere lustige Sachen machen. Wir können zum Beispiel das hier machen. Und wir können das irgendwo anbringen. Und dann können wir die mal hinziehen. Aber irgendwie sind das nicht. Ähm, warum hänge ich hier fest? Ich möchte hier nicht sein. Ach, verdammt. Ich habe falsch rum gedrückt. Das ist natürlich doof jetzt. So. Naja. So ungefähr würde ich es machen. Wobei, warte mal. Habe ich zufälligerweise. Muss ich mal. Ah, ich habe doch hier auch wieder das. So, dann gibt es erstmal eine Rakete. Und noch eine Rakete. Und ich gehe immer weiter runter. Das ist irgendwie doof jetzt. Warte kurz. Ähm, so. Aua. Scheiße. Ja, da muss man immer aufpassen. Das ist alles nicht so einfach. So, hier. Und noch eine Rakete. Und da. Und dann dies. Und die geht irgendwie nicht so kaputt, wie ich das will. Aua. Ja, das war nicht gut. So, warte mal. Ich muss mich hier nochmal hochziehen. Weil, äh, von hier habe ich doch keine gute Übersicht über das Ganze. Ja. So, hier. Ach. Verdammt. Jetzt habe ich keine Raketen mehr. Jetzt finde ich doof. Keine Granaten mehr. So, da ist er tot. Oh, ich bin fast irgendwo gegengeknallt. Hm. Ein Helikopter mit Raketen. Moment. Au. Ich bin tot. Okay. Mann, das ist anders. Pass auf. Wir machen jetzt mal das. Ich bin sowas von bereit. Da. Wee. Wir haben Feinkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Was soll denn das? Hört mal auf, um mich zu schießen. Oh, er hat eine Granate gebraucht. Oh, cool. Ich bin weg. Ciao. Verstärkung ist unterwegs. Panzer. 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 Einsteigen, bitte. Einsteigen? Nein? Nicht einsteigen? Ach, der Panzer ist kaputt. Ach, so ein Scheiß. Kaputte Panzer einfach hier rumstehen lassen. Ich meine, was soll denn das, wenn einer hier angreifen will? Ja, dann wird der voll auf die falsche Ferte geführt. Das ist doch nicht gut. Da haben die wieder nicht drüber nachgedacht anscheinend. Oh, hier ist so viel, was man kaputt machen kann. Ich muss den Helikopter kriegen. Der immer noch da ist, komischerweise. So, hier. Au. Nein. Nein. Ah, zum Glück ist hier Wasser. Alles gut. Okay, pass auf. Wir gehen hier raus. Wir holen uns jetzt diesen Helikopter an. Was? Au. Warum? Ja, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Warum wir sind immer auf uns geschossen? Ich meine, ich mache ja nichts Böses eigentlich, ne? Hi. Ah, warte kurz. Hi. Doodsch. Google-Kombo. Die meisten Treffer-Folge... Blablabla. Ach, halt die Backen hier weg. So, pass auf. Ach, der hat auch nur einen Minigun. Das ist doch blöd. Ich will keine Minigun. Ich will Raketen. Ich brauche Raketen. Egal, dann machen wir das halt so. Das wird auf. Aua. Aua. Oh nein. Der Umschrauber fliegt noch. Oh, der ist noch gut. Ja, guck mal, hier ausgeglichen Minigun. Gott, ey, kein Problem. Ja. Ha. Ich kann überhaupt nicht zielen. Jetzt passt auf, dass ich was ganz Verrücktes. Und ich mache jetzt das total ganz Verrücktes. Ich steige jetzt einfach aus. Oh, der Hubschrauber wurde kaputt geschossen. Er wurde kaputt geschossen. Okay. Hier, Granate. Aua. Und noch eine Granate. Und noch eine Granate. Ich habe keine Granaten mehr. Das ist auch nicht wirklich. Aber ist egal. Äh, 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 äh. Ich muss alles kaputt machen. Warum ist die wieder ganz? Hä, wer hat denn die gerade? Ach, irgendeiner hat die repariert. Schweine. Diese Schweine. Aua, Alter. Ich werde hier von überall einfach nur geschossen. Au. Ich bin so frech. Äh, okay. War so nicht geplant. Macht aber nichts. So. Das Ding wird irgendwann bestimmt explodieren. Ich brauche... Ich brauche Raketen. Ich brauche Raketen. Ich brauche noch mehr Raketen. Kaputt? Ah, ist kaputt. Wir fallen nicht zusammen. Oh, verdammt. So, das Ding ist auch kaputt. Jetzt habe ich leider keine Raketen mehr. Aber das macht nichts. Äh, Raketen werden überbewertet. Allerdings brauche ich diese Raketen, sonst ist es blöd. Hubschrauber. Hubschrauber. Du bist ein Hubschrauber. Du bist ein Super-Hubschrauber. Warte, 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 warte. Du hast nämlich Raketen an Bord. Lass mich da rein. Los. Raketen. Ah. 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 Wir müssen nur dieses Raketen-Abwehrgeschütz-Gedöns-Dings da kaputt machen. Und schon ist das alles einfach viel zu einfach für uns, ja. Pass mal auf, wo ist denn das Ding? Da. Hier. In your face, bitch. Und war alles auch kaputt. Ich meine, es ist einfach noch... Achso, wir sind immer alle Sachen so kaputt, ne? Yeah. So, gib mir deine Raketen. Aua. Hat ein bisschen wehgetan. Ich gebe es zu. Aber ist kein Problem. So, rein in den Hubschrauber. Ein bisschen schneller vielleicht. Okay, jetzt geht es los. Wir haben Raketen. Oh, fuck. Ich muss ausweichen. Hat ich das nicht getroffen? Nee. Ach, ich kann es mich gar nicht treffen. Ich bin zu gut. Warte, warte. Jawoll. Scheiße. Der ist kaputt. Aber ist kein Problem. Denn wo der war, gibt es, glaube ich, noch mehr. Irgendwo. Ich muss sie nur finden. Aua. Wo sind sie? Hubschrauber. Hubschrauber? Hubschrauber. Jawoll. Du bist genau der, den ich haben. Bill. Hilfe. Nein. Doch. Ich weiß es nicht. Verdammt. Äh. Aua. Ach. Dann tut der Kopf mir oben wieder weh. Scheiße. Ah, kein Problem. Aber so einen Hubschrauber brauche ich unbedingt. Weil. Ähm. Das ist gut. So, guck mal. Zwei Türmchen sind ja schon kaputt. Ich meine. So, wir schießen da einfach eine Rakete. Und wir schießen da einfach eine hin. Und wir schießen da auch noch eine hin. Und das reicht leider nicht so genau ganz. Doch, wir haben noch drei. Ja, wunderbar. Was für ein schöner Sonntagmorgen. Aua. 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 Hier. Granaten. Oh, ich hab die sogar alle getroffen. Geil, ne? Oh. Ihr Gegner. Da sind Waffen. Warte mal kurz. Ich muss zu den Waffen. Vielleicht ist da auch irgendwas Tolles drin, was ich gerade gebrauchen kann. Irgendwie nicht so. Dafür ist leider keine Muni da. Das ist natürlich ärgerlich. Das wäre nämlich toll. So. Na gut. Dann halt nicht. Oh. Oh. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Aua. Irgendwas schießt. Irgendwas schießen Dinge auf mich. Dabei bin ich schon so ungänglich. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwas Spaß, ne? Hubschrauber. Ich glaube, das ist nur so ein Drex-Hubschrauber mit komischen Dingern. Halt die Schnauze. Ich hab gesagt, dass die Schnauze stirbt. So. Wo sind hier Hubschrauber? Geile Hubschrauber mit Raketen. Da haben wir mal einfach kaputt. Egal. Da. War mal richtig kaputt. Dann schmeißen wir hier noch irgendwo eine Granate hin. Ah, die war zu kurz leider. Mächtig, Butterbe- Au. Was war das? Ich kriege nicht. Ah, hier, Granate. Toll, jetzt explodiert's. Bevor ich die Granate überhaupt geworfen hab, was soll denn das für ein Scheiß? Ich hab' gar nicht klar. So, pass auf. Ich muss hier gucken. Hubschrauber. Es gibt hier bestimmt Hubschrauber. Was würde eigentlich noch alles kaputt machen? Warum fliegen hier komische Dinge so? Hä? Hä? Ach, hier. Außen. Da. Äh. Da. Da, da. Warte. Da. Reiten ist noch niemand. Aber ich muss hier weg. Oh, warte. Ich muss hier weg, hab ich gesagt. Ähm, da hinten muss ich noch was kaputt machen. Alles klärchen. Das können wir auch gerne tun. Aber irgendwo müssen wir noch irgendwas kaputt machen. Wuuuuhhhhhh. Sorge für eine problemlose Landung. So, was müssen wir denn noch kaputt machen? Man muss auch mal ein bisschen suchen, was... Also ich muss immer ein bisschen suchen, weil ich kaputt machen muss, weil ich das mal gar nicht so sehe und weiß und tue. So, wir gehen erstmal hier runter, weil das noch so ein Ding, was wir kaputt machen müssen. So, kaputt. Kann man so was kaputt machen? Ja, kann man auch machen, weil kaputt ist egal. Ah ne, da hätte ich was anderes machen können. Ach, verdammt. Jetzt habe ich das schon kaputt gemacht. Das ist blöd. Irgendjemand schießt. Aber das ist mir egal. Ich ignoriere ihn einfach. Wo ist denn der? Ach da. So, weg mit euch. Die kleinen Nucken. So. Ah, da unten sind noch Sachen. Juhu. Oh, da unten ist noch ein Helikopter. Aber ich glaube, das ist nur einer mit einer Minigun. Ich meine, gut, eine Minigun ist besser als gar keine, aber... Es ist doch schon ein bisschen Lane. Minigun sind doch blöd. Paketen sind viel geiler. Oh, warte, 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 warte. Ich mache mich kaputt mit dem Ding hier. Ja. Alles klar. Die Helikopter sind soweit, Rico. Ist alles bereit? Ja, bestimmt. Ich gehe davon aus. So, was haben wir hier noch so alles schön? Alter, geh mal weg. Das ist mir so. Sackgesicht. Man könnte natürlich mal was machen. Warte mal kurz. Wir haben hier so geile... Hier, so, warte mal. Da eine. Haben wir da eine. Haben wir da eine. Und wir machen mal... Da eine. Denn... Fahren ist langweilig. Wir... Nutzen die Kraft der Düsen. Um uns fortzubewegen. Oh, yeah. Die Kraft der Düsen. Ähm... Ist gut eingeparkt. Das geht einfach gar nicht anders. Das Problem ist halt leider nur... Ich weiß nicht, wo ich jetzt weitermachen soll. Aber ich habe ja... Ah, doch, warte mal. Ha, ich habe meine Raketen wieder. Hey, was ist denn los, Jungs? Okay. Wir haben unsere Raketchen wieder. Das bedeutet, wir können wieder ein bisschen Stress machen. Das heißt, wir nehmen mal die Raketen in die Hand. Oh, warte mal. Wir nehmen mal den Hubschrauber hier. Äh, Hubschrauber... Da, hallo. Na gut, wir nehmen ihn doch nicht. Wir machen das so. Oh. Ne, jetzt will ich das gerne nicht kaputt machen. Warum habe ich geschossen? Ich will hier eigentlich rein. So. Jetzt geht's ab. Au. Oh, nö. Das kann nicht gut. Ich bin schon wieder tot. Warum ist das Ding dann immer noch aktiviert? Das habe ich doch schon längst zerstört gehabt. Gut, das bedeutet für mich jetzt folgendes. Ich werde jetzt, äh, da mal runter gehen und das Ding kaputt machen. Ein für alle Mal, weil das kann nicht sein. Oh, ach, fuck. So, dann geht's hier rüber. Dann nehmen wir uns mal... Ah, nee, das hatten wir schon in der Hand. Ja, du waved. Guck mal. So, so, nee, so. Ah, wir machen das einfach nochmal kaputt, obwohl es schon kaputt ist. Kennen wir nix. So, Hubschrauber, kommt her. Nein. Ach, verdammt. Ich verdrück mich immer. Oh, Scheiß. So, warte, erst mal muss ich das da kaputt machen. So, ich mach's nochmal kaputt, damit's dann auch wirklich kaputt ist. Und jetzt dürfte es keine Abwehrdinger mehr geben und, äh, jetzt können wir mich am Arsch wecken. Das ist auch ein Aua. Es gibt immer noch welche. Ach, komm. Ach, das ist doch wohl fake hier. Was soll denn das? Wir hatten was jetzt gemacht. Gibt's hier noch so einen Abwehrding? Nö. Doch. Hä? Warum? Geh mal weg. Da ist ja wohl ne Frechheit, ist das ja wohl. So. Jetzt mein Hubschrauber und jetzt geht's ab hier. Pass auf. Jetzt nervt mich auch nix mehr. Weißt du? So. Lächerlich. Ah. So. Bam. Und jetzt müssen wir halt das noch kaputt machen. Und da ist jetzt natürlich Filigranität gefragt. Das kann man nicht einfach nur so kaputt machen. Das muss man schon ganz genau heim so kaputt machen. Was haben wir denn noch so alles zum kaputt machen? Das zum Beispiel. Andere Sachen. Wo sind denn noch Sachen zum kaputt machen? Das muss ich auch mal kaputt machen. Das war ganz wichtig. Oder ist es noch ein Hubschrauber? Den dürfen sie natürlich nicht gegen mich einsetzen. Das wäre fatal. So. Hä? Wer ballert denn da rum, ey? Geht mit euch ab! Da ist noch ein Hubschrauber. So. Was ist jetzt mit dem Benzin hier, Peller? Warte. Hubschrauber putt. Okay. Irgendwo ist noch... Sind noch Sachen. Wir schließen einfach mal irgendwo drauf. Wir werden schon irgendwie vielleicht mal irgendwo was treffen. Oder auch nicht. Hm. Okay. Ah, warte mal. Hier ist noch was. Ja. Hier ist noch was. So. Das ist auch kaputt. Wunderbar. Jawohl. Explosion. Aber wir haben noch mehr. Ein paar Sachen haben wir noch. Hm. What? 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 Wer war das? Wer war das? Da unten ist irgendeiner, der doof ist. Geh weg. Okay. Irgendwas hat auf mich geschossen. Ich muss sagen, ich fühle das nicht so geil, wenn der was auf mich schießt, ja. Ey, was sch... Was macht der? Oder was ist da los? Irgendwas schießt auf mich. Wenn ich einfach kaputt bin. Okay, wir haben immer noch ein paar Sachen. Oh, fuck. Weg. Weg. Na, wir leben noch als Glück. So. Okay, zwei Sachen, glaube ich, nur noch. Und dann hätten wir was. Die Frage ist, wo sind diese zwei Sachen? Hm. Die können ja sonst wo sein. Vielleicht hier unten? Aber hier unten dürfte nichts mehr sein. Vielleicht waren wir mal da oben. Vielleicht, dass da in diesem... Da ist er hier, ne? Vielleicht hier irgendwo drin. Ja, oder auch nicht. Au. Holy fuck. Achso, ich hab noch... Achso. Sagst du gleich, ey. Ich hab noch Rakete auf den geschossen. Richtig so. Das war geplant. Okay, wir müssen noch zwei so eine Dinger kaputt machen. Ich weiß noch nicht, wo sie sind. Der Feuerlöscher muss weg. Nicht, dass die anfangen, hier das Feuer zu löschen. Das geht ja auch nicht klar. Ach, Mann. Der muss richtig fliegen, der Typ. Ich glaub, der ist tot. Aber auch kaputt. Mir egal. Ey, wo sind die letzten beiden Sachen hier? Was ist denn da los? Ich muss immer suchen, ey. Das ist echt nicht nett. Das ist echt auch unfair. Ja. Ja. Wo sind sie denn? Bestimmt gut versteckt. Was fehlt mir überhaupt noch? So ein Gastank und noch irgendwas anderes. Ich glaub, Elektroscheiße oder so. Boah, Alter. Wir haben die Steinwand kaputt gemacht. Wir sind kräftiger, als wir aussehen. Wo sind sie denn? Die müssen ja kaputt machen. Die müssen ja irgendwo hier noch sein. Au. Hm. Hm. Da hinten. Gefunden. Also zumindest eins von den Dingern. Wir schmeißen einfach eine Granate hier. Okay, die Granate. Oh. Hier. Ah. Okay, noch so ein Ding. Kein Problem. Eine Granate hatten wir ja noch. Flieee. Oh, bist du eine fette Sau, ey. Unglaublich. So, eigentlich hätten wir auch hier einfach das Ding benutzen können. Aber das ist ja langweilig. Oh, tschüss. Okay, ein Ding finden. Fällt nur noch eine einzige Sache. Wui. Oh, wo ist denn? Ah. So, eine Sache für mich noch. Wo ist sie? Ich werde sie finden. Wahrscheinlich nicht hier, aber ich finde sie. Eines Tages. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs für euch. Okay, ich glaube, das hier ist nichts. Vielleicht hier noch. Irgendwo muss es ja sein. Und was fehlt denn eigentlich noch? Ja, irgendwas Elektronisches vielleicht? Legen wir los. Hä? Oh, warte mal. Wow. Oh, stopp. Hm. Eine Sache noch. Oh, manche. Leider weiß ich nicht, wo diese eine Sache sein wird. Vielleicht ganz oben. Das kann natürlich auch sein. Es wäre natürlich ein bisschen verwunderlich, wie das überlebt hat. Hat, 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 hat. Aber es könnte ja sein. Komm her. Komm her. Lass ihn da hoch. So. Okay, hier ist es schon mal nicht. Alles klar. Vielleicht ganz oben. Hm. Hm, ich meine, viel fehlt mir nicht mehr. Mir fehlt nur noch ein einziges oder zwei Elektro-Dinger. oder so einen kleinen Kondensator-Raum, whatever. Scheiß. Aber irgendwie finde ich den nicht. Vielleicht hier unten irgendwo. Könnte ja auch sein. So, da war nochmal. Irgendwo muss noch was sein. Ah. Ich sehe es. Oh, ja. Warte, da haben wir noch, äh. Ja, einer haben wir noch. Flieeeet. Geschafft. Wir lehnen uns nicht nur gegen das Regime auf. Nein, wir befreien auch einfach mal so Städte. Weil wir einfach so ein lieber netter Mensch sind. Und genau das machen wir jetzt auch. Es kann natürlich passieren, dass da ein paar Leute, naja, das nicht so gut finden. Aber die haben keine Ahnung. Weil wir müssen hier alles kaputt machen, was einfach, äh, die Macht der Botsheit repräsentiert. Und dazu gehören zum Beispiel die Dinge, die ich gerade kaputt gemacht habe. Aber auch diese Statue da. Die ist nämlich total furchtbar. Geh kaputt. Los. Ja, das wird nichts. Warte kurz. Habe ich zufällig wieder? Nein, habe ich nicht, verdammt. Hm. Könnten wir hier eine Granate lassen? Vielleicht bringt das was. So. Ah, wir haben getroffen. Lieber zu kurz. Das ist blöd. Hm, wir kriegen ihn nicht kaputt. Dann müssen wir da mit dem Hubschrauber reinfliegen. Das geht nicht anders. Dann machen wir erstmal die anderen Sachen kaputt. So überhaupt kein Problem. Um Helikopter, das zu machen, ist eigentlich voll simpel und easy. Weil man gar keinen Stress. Außer die kommen auch mit Helikoptern. Dann müssen wir halt kippen. Aber das kriegt man ja alle schon mal hin, so. Oh, scheiße. Na ja, warte mal, da komme ich so nicht ran. Ich muss natürlich immer gucken, dass man strategisch clever an die ganze Sache rankommt. Aber das Drehen ist ein bisschen nervig mit dem Hubschrauber, ne? Oh, kaputt geht. So. Das machen wir auch kaputt. Wir setzen ihn, falls ich treffe es überhaupt. Komm schon. Wie geht das nicht kaputt? Warum nicht? So, geht doch. Was haben wir noch? Warte, das hier. Ja. Ja. So, da geht. Alles klar. Hä? Was ist da los? Da schießt etwas. Fühle ich aber nicht so gut. Warte. Wenn ich mal, ich muss zurückschießen. Okay, wir müssen die Sachen suchen, die wir noch brauchen. Ist das da was, was wir brauchen? Schießen einfach drauf. Da ist irgendwas rot gewesen. Das ist bestimmt böse. Kann ich so einfach so treffen. Das Blöde ist, ich sehe immer gar nicht die ganzen Sachen, die ich kaputt machen soll. Vor allem aus der Luft, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ist egal, wir kriegen da schon hin. Die Statue ist noch da, da ist noch irgendwas und noch irgendwas. Also ganz viele Irgendwasse. Und da ist noch was. Und da ist auch noch was. Boah, jetzt sehe ich ganz viel. Warte, ich muss noch ein Stück zurück. So. Das ist auch kaputt. Los. Kaputt. Ah, geht doch. Ah, geht doch. Wir haben bestimmt noch irgendwas. Ich weiß noch nicht genau, was. Und wo vor allem. Was und wo sind immer die großen, großen Fragen der Menschheit? Meine Maus ist immer... Das Kram ist immer viel zu kurz. Da ist noch ein Schild. Vielleicht habe ich es schon kaputt gemacht. Und es liegt einfach immer noch los da rum. Nee, doch, das ist schild, alles klar. So, ein paar Sachen fehlen mir noch. Die Statue auf jeden Fall, okay. Und noch ein paar andere Sachen. Da ist doch noch was, oder? Da ist auf jeden Fall rot. Ich weiß aber nicht, was das sein soll. Komm schon. Wir brauchen noch mehr. Die Statue zu mir so... Das dauert, glaube ich, sehr lange, bis sie die kaputt... Moment. Der Hubschrauber ist fast kaputt. Okay, ich würde sagen, wir machen folgendes. Wir müssen das Ding eh kaputt kriegen. Ich hoffe jetzt, dass ich drüber bin. Dann können wir mal ein bisschen runter. Verfolgung aufnehmen. Nein. Verdammt. Das war so nicht geplant. Ich glaube, das ist kaputt. Oh, guck mal, die Schnellstatue hat ein Loch im Körper. Die steht immer noch. Bröckelt genauso wie das totalitäre Regime. Ah, okay. Dann muss ich deaktivieren, alles klar. Das ist so das Langweiligste, deaktivieren. Die anderen auch deaktivieren, während das eine deaktiviert ist. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Explosion! Oder auch nicht. Da ist doch noch was. Das sehe ich doch von hier. Da ist er schon kaputt. Ah, das ist, glaube ich, schon kaputt. Da will ich irgendwie niederreißen oder so. Ich glaube, die Zugkraft ist nicht stark genug. Doch. Aha. Da ist irgendwas mit besiegen. Warte. Ich muss da was besiegen. Aua. Kein Problem, wir besiegen wir. Oh, du bist besiegt. Lutscher. Okay, pass auf. Wir müssen das Ding hier immer noch abreißen. Aber es geht nicht mehr. Hm. Wir könnten versuchen, ich versuche mal was. Vielleicht. Erstmal muss ich versuchen, hier wieder rüber zu kommen. Oder auch nicht. So, hier hoch, hier drüber. Alles klar, das ist kaputt. Fährt das noch? Halt die Backen. Kein Problem. So, Statue. Auto. Einsteigen. Los. Okay, weil wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Anlauf. Ja. Wir haben es geschafft. Ach. So. Also ein paar Sachen fehlen aber immer noch. Ach so, das ist eine Deaktivierung. Da fehlt immer noch was. Wo war das mit dem Deaktivieren überhaupt? Ich habe es schon wieder vergessen. Da hinten, glaube ich. So, das deaktivieren wir jetzt eben. Warte. Von der Seite erst. Hallo. Komm mal her. So, dafür muss ich die Alarmstufe zurücksetzen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal eine Weile geschmeidig bleiben. Aber irgendwas war noch. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Äh. Wenn mir nicht angezeigt wird. Ja, wir ballern einfach ein bisschen wild um uns rum. Das hilft immer beim Überlegen. Ah, der Bus ist einfach verschwunden. Die Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Nein. Findet ihn. Nein. Verstärkung ist unterwegs. Nein. Durchhalten, Boden-Team. Oh, was ist das da eigentlich? Ein Turm. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs. Ich kann mich im Turm zerstören. Einfach so. Einfach, weil wir das gerade wollen. Glaube schon. Ja, da fallen schon die ersten Krachen ab. Und da stürzt der Turm zusammen. Können wir den Turm auch kaputt machen? Ist doch irgendwie geil. Ich glaube, da muss man ganz lange drauf schließen. Aua. Verdammt. Wer war das? Lauf damit. Ich gehe wieder in die Stadt. Da ist es irgendwie ruhiger. So. Ab. Weg. Ab, weg. Nein. Wird weg. Spring. Okay. Sehr gut. Nein, das ist nicht sehr gut. Ich glaube, du musst da lang. Okay. Ich weiß nicht. Ah, nee. Das ist leider nicht zurückgesetzt. Ach, verdammt. Ich glaube, wir müssen durchgehen. Den Raketenübschrauber. Komm her. So. Raketenübschrauber. Du bist mein. So, raus hier. Ja, keine Ahnung. Hier in die Stadt, weißt du. Das ist egal. Das machen wir später. Ich muss jetzt hier hin. Ich muss gucken, ob ich diesen Turm zerstören kann. Au. Ah, ich glaube, das geht nicht. Der ist, der ist super stark. Ja, Zerstörung. Ja, Zerstörung. Zerstörung. Zurück. Ah, zurück. Ja, kaputt macht. Ja. Ja. Gut. Dann habe ich den halt eingenommen. Ist auch gut. Ich wollte eigentlich die Stadt, aber macht er nichts. Ich meine, mein Gott, was soll's. Ich denke, ihr habt einen guten... Ich glaube, man hat einen sehr guten Überblick bekommen, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Im Grunde nur um zerstören. Und kaputt machen. Beides essentielle Teile oder wichtige Bestandteile dieses Spiels. Anders würde das gar nicht funktionieren. Wir steigen hier nochmal aus. Wir gucken mal, ob wir das jetzt machen können. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst. Au. Ich bin gestorben. Gibt wieder Kopfschmerzen. Ich kann euch nochmal kurz die Welt zeigen. Die Welt ist so groß. Also es sind mehrere kleine Inseln, auf die man auch alle kann. Die ist gar nicht mal so klein, muss ich sagen. Weiß nicht, was das ist, aber da kommen wir schon auch noch hin. Und man muss alles, was rot ist, muss man befreien. Das ist schon befreit. Das war aber schon von Anfang an so. Und diese ganzen Provinzen muss man halt befreien. Und dazu muss man, wie gesagt, zerstören und kaputt machen. Die Gegner. Also, ne. Man sollte nicht gegen das eigene Volk gehen. Das wäre doof. Das kleine Stückchen haben wir schon. Von diesem kompletten... Da gehört das, glaube ich, zu. Geht. Hier fehlen noch ein paar Sachen. Ist ein ganz gutes Spiel. Es macht schon Spaß, aber ist jetzt nichts, was mich unbedingt so... vom Hocker hat. Beziehungsweise, wo ich sage, oh, da spiele ich jetzt aber 15 Jahre durch oder so. Wobei, mir ist gerade was eingefallen. Ich weiß, wie ich da noch was machen kann. Ich muss mich irgendwo hinziehen. Ich muss das Tor noch öffnen. Bring alles mit, was du hast. Tor öffnen ist immer eine wichtige Sache. So. Verdammt. Das hat nicht gereicht. Dumm. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ja. Ja. Zack. Geschafft. Erstmal... Moment, ich bin jetzt gerade eh dabei. Ah, jetzt ist mein Ding wieder so hoch. Das ist natürlich blöd. Weil ich wollte mal gucken, ob ich das jetzt schaffe, hier was zu deaktivieren. Nee, natürlich nicht. Dafür muss der Alarm zurückgesetzt werden und das schaffe ich jetzt gar nicht. Ich bin jetzt aus der Sichtweite. Ich werde gesucht. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Nee, findet mich mal bitte nicht. Ihr könnt es auch gerne lassen. Ihr müsst mich nicht unbedingt finden. Das ist alles gut. Komm, dann schaffen wir das auch noch eben. Ich bleib mal hier eben stehen. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Findet ihn, so schnell es geht. Ah, verdammt. Der wollte das so. Ah, bin entkommen. Gut. Deactivaten. Und. Ja, genau da wollte ich auch hin. Jetzt machen wir das noch schnell alles deaktivierungsmäßig. Und dann haben wir nämlich auch diese Provinz. Ich frage mich noch hin. Da muss ich noch hin. Alles klar. Da muss ich auch noch hin. Wo muss ich denn noch hin? War hier nicht auch irgendwas? Da ist noch was. Nein. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Wir haben auch nur eine bestimmte Zeit. Wir haben nur eine Minute. Das ist halt nicht sehr viel, aber wir schaffen das schon. In der Minute haben wir ab. Easy peasy. So, da hinten. Und dann haben wir nämlich auch dieses Provinzchen. Diese kleine Stadt. Befreit. Und befreit. Hopp. Hopp. Dira Velo Band Band. Ja, das ist der Machthaber hier. Der Diktator. Eine Band. Denke ich. So. Geschafft. Wie Sorge für Verwüstung. Warum läuft der weg? Komm mal her. Wo ist denn der jetzt hin? Warte. Ich muss jetzt noch was machen. El Soldato. Komm jetzt her. Meine Fresse, ey. So, du willst fliegen, habe ich gehört. Hast du Glück? Ich gebe heute Flugunterricht. Pass auf. Wie ist euer Status? Bitte komm. Verdammt. Du willst auch fliegen, habe ich gehört. Okay, der hängt da ein bisschen ab. Das finde ich nicht gut. Ich muss für Chaos sorgen. Okay. Aber das ist das falsche Chaos. Das ist ja dann gegen die Bevölkerung. Das sollen wir ja nicht tun. Ich muss für Chaos sorgen. Chaos. Alle Einheiten hierher. What a Chaos. Aber wie soll ich hier noch mehr Chaos machen? Ich habe doch schon alles kaputt gemacht. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Hm. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Hm. Wo kann ich noch mehr Chaos machen? Oder wie? Los, finde den Rebellen. Er darf nicht. Wie kann ich noch mehr Chaos machen? Das würde ich eigentlich noch gerne noch machen. Dann haben wir es nämlich hinter uns. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Aber, ich muss sagen, die geben mir momentan auch nicht sehr viel Futter, die mich hier Chaos veranstalten können. Ich meine, das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Aber wo die sein könnten, wäre natürlich bei der Polizeistation. Ziel wurde nicht gefunden. Suche abbrechen. Da sind eigentlich immer welche. Vorbei, mittlerweile müssten ja die Rebellen da sein. Verwüstung! Okay. Oh, da kommen welche. Bam. Oh, die sind schon tot. Bam. Woo! Wo sind noch irgendwo welche? Ja, auf jeden Fall Schüsse. Bam. Braucht mehr Verwüstung. Warte. Flieeeek! Habt euch lieb. Leider nicht. So. Oh, da ist noch einer. Granate. Hatten ein bisschen wehgetan, wenn ich zugehe. Oh, hier sind noch ein paar, glaube ich. Hier ist noch... Ne, das ist nur Zivilisten. Komm, Schau. Wollen noch ein paar von euch. Ja, sie wollen gerade nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube... Denk doch immer noch. Ja, Verstärkung am Arsch. Die sollen mal hier ein bisschen... Ah, da kommt Verstärkung. Ja, kommt da ruhig aus eurem Auto und ihr wird sofort tot. Du und du, ihr habt eine glorreiche Zukunft für euch. Ein ganz klein bisschen mehr Chaos bräuchte ich noch. Kann ich eigentlich die hier? Wuuuuh. Die ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wieder herstellen. Ja, ist jetzt nicht so... Verstärkung ist unterwegs. Ich hätte es mir besser vorgegeben. Aber guck mal, der hängt immer noch am Auto fest. So, ein bisschen Chaos. Ich brauche noch mehr Chaos, ey. Brauche mehr Explosion. Das Blöde ist, ich soll ja eigentlich keine Zivilisten hier verletzen. Aber das lässt sich halt manchmal auch nicht vermeiden. Ist halt blöd, machst du aber nichts. So, pass auf. Ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Bin ich verrückt? Seid ihr denn des Wahnsinns? So. Tschüss. Achso, stimmt, weil ich das Ding anhab, das ja als Düse gilt. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Ach, verdammt. Nein. Warte kurz. Ich muss... Das muss ich jetzt noch machen. Warte, ich muss mich hier hochziehen. Äh... Explosion. Explosion. Ich sorge doch für Verwüstung. Wie viel soll... Jawohl, der schafft hier. Explosion. Oh. Oh. So, jetzt müssen wir natürlich noch ganz glorreich die Flagge hissen, um zu zeigen, nicht mit uns. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Dann hissen wir die Flagge. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich bei euch. Wir hissen die Flagge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wenn ihr das Spiel kaufen wollt, könnt ihr in die Videobeschreibung ein paar Links gucken. Mal voll die fette Werbung. Adios. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.